Ich werde dich aufhalten. Du hast noch gar nichts gesehen. Anonymität ist der Feind. Fehler, 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 Fehler. Heute Morgen habe ich einen Geist gesehen. Ein Gesicht ohne Namen. Wir müssen herausfinden, wie sie es anstellt und ihre Anonymität aufheben. Sehen Sie mich nicht an. Sind Sie verrückt, Herr Damm? Sie verdient, Ihren Lebensunterhalt damit, Vergehen zu vertuschen. Sie werden überrascht, was die Leute so alles überspielen lassen. Man kann anonym bleiben. Alles frei. Bitte weiterfahren. Was hast du getan? Versuch nicht, mich zu finden. Versuch nicht, dass sie nichts sagen florieren Delete fucking everything. Untertitelung des ZDF, 2020